Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 15. März mit Nadine Müller. Schön, dass ihr zuhört. Heute gab es bei uns in Essen wieder an vielen verschiedenen Stellen Probleme, weil die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gestreikt haben. Unter anderem drei Krankenhäuser in der Stadt waren davon betroffen. Im Alfred-Krupp-Krankenhaus in Rüttenscheid, in der Ruhrland-Klinik für Lungenkrankheiten in Heidhausen und in der LVR-Klinik für psychische Probleme in Holsterhausen lief der Betrieb deswegen nicht wie gewohnt. In allen drei Kliniken gab es aber eine Notbesetzung. Morgen stehen dann wieder Streiks bei der Stadt an. Das Rathaus muss vielleicht geschlossen bleiben. Einige Kitas könnten morgen zu sein und auch die Ganztagsbetreuung an Grundschulen hat Ausfälle. Die Volkshochschule stellt den ganzen Betrieb am Nachmittag ein. Auch Schwimmbäder im Gruger Park und auf den Sportplätzen müsst ihr morgen mit Problemen rechnen. Um 11 Uhr hat es auch eine Demo in der Innenstadt gegeben. Auch für Bierfans gibt es schlechte Nachrichten. Auch die Brauereien haben heute gestreikt. Davon war auch die Stauder Brauerei in Altenessen betroffen. Dadurch wurde heute weniger Bier gebraut als sonst, sagt auch die Gewerkschaft NGG. Im Essener Norden könnte bald ein Gesundheitszentrum extra für Kinder entstehen. Der Vorteil davon wäre, dass es dort viele Angebote gebündelt gibt. Es sollen unter anderem das Jugendamt, der Sozialdienst und eine jugendpsychologisches Angebot in dem Zentrum sein. Auch andere Praxen sind in dem Zentrum denkbar. Ein möglicher Standort wäre das ehemalige Verwaltungsgebäude des Marienhospitals in Altenessen. Erst wenn ein Standort sicher feststeht, wird ein Plan für die Kosten für das Projekt erstellt. Der Stadtrat will in der nächsten Woche über das Kindergesundheitszentrum entscheiden. Nach dem Galeria-Aus am Montag muss jetzt viel für die Innenstadt geplant werden. Der Einzelhandelsverband ist sich aber sicher, dass auch weiterhin viele Kunden nach Essen kommen. Das klassische Kaufhaus-Konzept funktioniere schon länger nicht mehr. Der Limbecker Platz verhandelt schon mit neuen Mietern für die Flächen von Galeria. Auch die Essener Arbeitsagentur hat sich eingeschaltet. Agenturchefin Andrea Demler sieht nach dem ersten Schock viele Chancen für die Beschäftigten. Natürlich ist das eine ganz schlechte Nachricht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir keine gute Arbeitsmarktentsiedlung hätten und dass die Beschäftigten nicht Möglichkeiten und Chancen haben, Anschlussbeschäftigung zu finden. Im Einzelhandel gibt es viele freie Stellen, vor allem auch in Supermärkten, sagt die Arbeitsagenturchefin. Mit einer Umschulung sei aber auch ein Wechsel in einen ganz neuen Job möglich, zum Beispiel zu einer Arbeit als Erzieher oder im Bereich der Pflege. Die Industrie- und Handelskammer bietet vor allem den Azubis ihre Hilfe an, damit sie die Ausbildung woanders fortsetzen können. Essen bekommt Geld vom Land, um Geflüchtete in der Stadt besser zu versorgen. Die mehr als 10,7 Millionen Euro sollen vor allem benutzt werden, um Wohnorte für die Geflüchteten zu schaffen. Die Unterbringung sei gerade eine große Herausforderung bei uns in Essen. Der Hintergrund ist, dass gerade viele Menschen aus der Ukraine wegen des Krieges zu uns flüchten. Die Stadt Essen hat auch noch nicht so viele Geflüchtete aufgenommen, wie sie sollte und rechnet deswegen damit, dass noch rund 600 Menschen untergebracht werden müssen. Das Kabinett hat gestern ein ganzes Paket für die Versorgung von Geflüchteten in NRW beschlossen. Und das war überregional wichtig. Nach langem Warten können seit heute auch Studenten und viele Berufsschüler die Energiepauschale beantragen. Rund 3,5 Millionen Menschen haben jetzt zusätzlich einen Anspruch auf den Zuschuss für Strom und die Gasrechnung in Höhe von 200 Euro. Im Internet gibt es eine bundesweite Antragsplattform. Die Uni Duisburg-Essen will ihren Studenten die Zugangsdaten dafür wahrscheinlich Anfang nächster Woche zukommen lassen. Es muss sich also niemand bei der Uni melden. Alle bekommen die Daten automatisch. Heute Nacht bleibt es trocken und es gibt Temperaturen um den Gefrierpunkt. Morgen bleibt es auch überwiegend trocken, aber auch bewölkt und die Sonne scheint immer mal ab und zu. Bei uns in Essen können es bis zu 13 Grad werden. In den nächsten Tagen wird es dann aber noch wärmer. Die nächsten aktuellen Nachrichten gibt es morgen ab 6 Uhr in der Radio Essen Frühschicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.